so alter wie wieder um die ecke kam und dann dich mache maritiert hat gemessert hat das recht gut ja ja komm komm zeig dir wenn du schon so laut machst ja ja haben wir wieder was gelernt wie man es machen kann auch hier sind hunde rechts durch den mal weg springen ja ich mach mal was doch machen ordentlich gereicht aber der scheint so ein bisschen ortsgebunden zu sein manchmal ja der kommt jetzt auch gar nicht hier lang ja da war mein sprengstoff wahrscheinlich zu schwach oder ich habe mal zu weit weg ich habe ja gedacht als ich ihn angeschossen habe dass er noch mal in unsere richtung läuft und machen wir das auch sehr gut so müssen wir dann lang das sein ja das habe ich gehabt und hier gibt es noch viel mehr alter schwede ist ja paradies ich bin auch der manu ich habe mädel hüpfen gehört so kommst du raus ja ich gehe mal kurz hoch hier ist kaputt da ist noch einer noch einer ah scheiße ich wurde vom zombie getötet weil der hätte mich auch getroffen ich hätte ihn getroffen soll ich dich wieder belegen ja aber gut ich glaube ich laufe dann gleich weg ja so gib mir erst mal eine spritze die noch mal hoch und zucke oh nein der ist nicht alleine ich weiß aber nicht von wo der jetzt auf mich geschossen oh von hier links glaube ich kommt einer angelaufen oh ja ich sehe ihn oben auf dem oben auf dem turm links er hat mir ordentlich eine verpasst ja der ist jetzt vom turm links rüber gegangen an die hütte und hat mich gerade erschossen und der ist ja völlig knapper wie der da rumhüpfen ja alter das war aber was